Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem weiteren Video. In dieser Aufgabenstellung geht es darum, dass wir einen Wasserkocher haben. Er hat folgende Angaben. Wir sollen 1,5 Liter Wasser erwärmen. Beim Erhitzungsvorgang haben wir 15% Verluste der elektrischen Energie. Ausgangstemperatur haben wir in der Aufgabenstellung mit 20 Grad Celsius. Gesucht ist die Zeit in Minuten, aber auch sehr wichtig in Sekunden, um das Wasser zum Sieden zu bringen. Das ist nämlich hier sehr interessant. Das ist ein neues Stichwort zum Sieden zu bringen. Nun, wie gehen wir da erstmal vor? Ich mache zunächst mal eine kurze Zeichnung, damit ich euch mal erkläre, worum es hier hauptsächlich gehen wird. Wir haben hier unseren Wasserkocher. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier vorne, hier unten haben wir hier die Elektrik. Hier drinnen in dem Wasserkocher füllen wir 1,5 Liter. Und wir würden sehr gerne von 20 Grad zum Sieden, zum Siedepunkt. Naja, wie findet man das? Ich denke mal, die meisten wissen, okay, Wasser zum Sieden zu bringen, das schafft man bei 100 Grad Celsius. Nun muss man aber Folgendes beachten. Sollten wir eine andere Flüssigkeit haben, ist halt die Frage, woher soll man denn wissen bei anderen Flüssigkeiten? Da könnt ihr ganz gelassen sein, und zwar im Stichwetterverzeichnis könnt ihr unter Stoffkonstante schauen. Flüssig, das führt euch dann zu der Seite, wo die ganzen Angaben zu Wasser ist. Und dort findet ihr auch zum Beispiel den Siedepunkt vom Wasser mit Dichte und Schmelzpunkt und so weiter. Aber ihr findet den Siedepunkt bei 100 Grad Celsius. Dort findet ihr auch den Siedepunkt von anderen flüssigen Stoffen oder auch Gasen. Gehen wir nun weiter. Ich komme zunächst mal zum Prinzip. Das heißt, aus der Steckdose wird eine bestimmte elektrische Energie hinzugeführt. Und zwar, jetzt machen wir mal zum Beispiel die Aufgabe mit 100 Joule. Aus der Steckdose kommt jetzt hier diese elektrische Energie. Ich tue da mal hier so die Steckdose. Das ist ja unser Wasserkocher. Das heißt, hier haben wir 100 Joule. Diese Joule würden wir gerne zuführen dem Wasser. Das Problem ist, dass wir einfach auf dem Weg einen Wirkungsgrad haben. Der befindet sich hier vorne zwischen, sagen wir mal, dem Topf und hier diesem elektrischen Gerät, so in dem Fall. Und es gibt ja hier in der Aufgabenstellung, haben wir 15% Verluste. Das heißt, wir haben einen Wirkungsgrad von Grad mal 85. Die 100, diese komplette Energie kann nicht 100% an dem Wasser abgegeben werden, sondern ein bisschen Energie geht ja auch hier vorne in das Gehäuse. Anschließend geht auch ein bisschen vielleicht verloren an der Seite oder sonstiges. Naja, das heißt, am Ende kommt nur noch 85 Joule an. So, jetzt um die Zeit in Minuten und Sekunden zu berechnen, um das Wasser zum Sieden zu bringen, müssen wir eine Rückwärtsrechnung machen und zwar folgendermaßen. Wir müssen hier hinten anfangen, damit wir dann mit Hilfe des Wirkungsgrad herausfinden, wie lange oder was für eine Energie müsste man eigentlich dem Wasser zuführen, damit es ja siedet. Das ist nämlich sehr wichtig. Wir fangen zunächst mal hier oben an, um herauszufinden, was für Energie brauchen wir überhaupt, damit das Wasser von 20 auf 100 sich erwärmt. Das machen wir ganz einfach im Stichworterverzeichnis unter Stichwort Wärmemenge finden wir die Formel, die Q ist m mal c mal Delta t. Somit schreiben wir uns mal hin, Q ist m mal c mal Delta t können jetzt noch nicht so schnell die 1,5 Liter für die Masse einsetzen, denn es ist sehr wichtig zu wissen, dass 1,5 Liter gerade mal das Volumen sind, nicht die Masse. Somit gucken wir wieder im Stichworterverzeichnis, mit Hilfe des Volumes können wir die Masse ausrechnen. Da gucken wir im Stichworterverzeichnis, Stichwort Masse führt uns zu der Massenformel. Masse ist jetzt in diesem Fall nichts anderes als Volumen mal die Dichte. Setzen ein, 1,5 Liter mal die Dichte vom Wasser, da könnt ihr Stichworterverzeichnis, Stichwort Stoffkonstante nachschlagen, wieder flüssig, führt euch zu Wasser, dort findet ihr die Dichte mit 1,0. Bitte achtet auf die Einheit in der Tabelle. Kilogramm pro Kubikdezimeter. Liter und Kubikdezimeter kürzen sich, am Ende bleiben nur noch 1,5 Kilogramm übrig. Falls ihr euch wundert, warum sich das kürzen und ihr noch nicht so viel die Erfahrung habt, ihr könnt Stichwort Mechanik schauen, führt euch zu einer Seite, wo ihr die Einheiten findet. Anschließend sucht ihr bitte dort Volumen, die Einheiten zu Volumen, dann findet ihr dort, dass ein Kubikdezimeter auch zum Beispiel 1 Liter ist. Somit ist das ganz klar, okay, das heißt ich hätte hier auch Kubikdezimeter hinschreiben können anstatt Liter und somit kürzen sich die beiden Sachen. Jetzt können wir die Werte auch einsetzen, 1,5 Kilogramm. Die spezifische Wärmekapazität finden wir auch natürlich hier beim Stoffkonstante, beim Wasser. Das ist der Wert in Höhe von 4,18. Achtet bitte auch oben in der Tabelle auf die Einheit davon. Kilogramm mal Kelvin, das sind jetzt Kilojoule. Anschließend mal Delta T, das ist Temperaturänderung. Wir würden ja gerne von 20 auf 100 in diesem Fall ändern. Das heißt wir machen eine kleine Nebenrechnung, ganz einfach 100 Grad minus die 20. Wir hätten eine Temperaturänderung von 80 Grad Celsius. Nun würden wir die Werte im Taschenrechner eingeben, erhalten einen Wert von 501,6 Kilojoule. Denn die ganzen Einheiten kürzen sich. Ihr seht, hier vorne können wir diesen Bruchstrich von dieser Einheit auch ein bisschen verlängern. Weil es ist ja alles hier mit mal, somit können wir das hier verlängern. Jetzt kürze ich Kilogramm über den Bruchstrich, unter dem Bruchstrich, so wie Kelvin und Celsius, bleibt nur noch Kilojoule übrig. Zu der Bedeutung, dem Wasser muss in diesem Fall ein Energiewert abgegeben werden in Höhe von, ich mache es mal Q ab, in Höhe von 501,6 Kilojoule. Nun ist jetzt aber die Frage, wie lange muss dieser Wasserkocher anbleiben, damit diese Menge hier auch ankommt. Das ist nämlich sehr wichtig, denn wir wissen ja, wenn wir 501 losschicken, gehen auf dem Weg 15% verloren. Heißt, es würden nur noch 400, zum Beispiel 80 ankommen. Und das wäre dann ein Fehler, wenn wir sagen würden, ja wir müssen den Wasserkocher so lange anbehalten, bis wir einen Energiewert von 501 kriegen. Das wäre jetzt hier falsch. So, ich mache es mal hier vorne, das ist die abgegebene Energie. Das ist die Energie, die dem Wasser abgegeben werden, auf jeden Fall muss. Nun kommen wir zu dem nächsten Stichwort, und zwar in der Aufgabenstellung geht es ja um den Wirkungsgrad. Da steht ja, wir haben 15% Verluste. Also gucken wir im Stichwetterverzeichnis, Stichwort Wirkungsgrad, führt uns zu dieser Formel. Wir benutzen hier die obere, denn die Energie kann man auch anstatt Q, kann man auch W schreiben. Also man müsste halt W ist auch Q. Kann man diese Buchstaben hier vorne, habe ich das für euch nochmal dokumentiert. W ist auch Q. Beides steht für Energie. Somit haben wir ja hier die abgegebene Energie. In diesem Fall machen wir die Formel zunächst mal. W A B durch W zu. Wir müssen diese Formel nach der zugeführten Energie umstellen, denn wir wollen ja wissen, was für einen Energiewert führen wir tatsächlich hier dem Wasser zu. Das heißt, wenn etwas unter dem Bruchstrich gesucht wird, da bitte ich euch einfach, Plätze zu tauschen mit hier vorne. Somit wäre die Formel sehr schnell umgestellt nach W zu, ist nichts anderes als W A B. Wie gesagt, ich könnte den Buchstaben W auch mit Q ersetzen, das würde keine Rolle spielen. Wir halten hier einen Wert von 5, oder wir setzen zunächst mal die Werte hier ein, Kilojoule. Das teilen wir durch 0,85. Falls ihr euch wundert, in der Aufgabenstellung, der Wirkungsgrad ist nicht 15%, sondern 85. Denn hier vorne in der Aufgabenstellung steht, dass wir 15% Verluste haben. Das heißt, wir haben einen Wirkungsgrad von, ihr müsst 100 minus 15 machen, 85. Deswegen teilen wir auch durch die 0,85. Am Ende erhalten wir hier einen Wert von 590,12 Kilojoule. Nun, was hilft uns jetzt? Das ist die tatsächliche Energie, die dem Wasser zugeführt werden muss. Jetzt kann man das hier hinschreiben. 590,12. Das heißt, aus der Steckdose oder dieser Energiewert muss uns zugeliefert werden. Dann gehen 15% auf den Weg verloren, bis das zu dem Wasser tatsächlich auch ankommt. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir haben ja ausgerechnet, dass damit das Wasser von 20 auf 100 steigt, benötigen wir nur 501. Und das würden wir ja erreichen, wenn wir 590 losschicken, zuführen. Nun, wie hilft uns dieser Wert jetzt aber, dieser Energiewert, wie hilft er uns, damit wir zu der Zeit kommen? Dann müsste man, wir haben ja hier die Arbeit. Dann kann man im Stichwörterverzeichnis unter Stichwort Arbeit schauen. Das führt uns dann zu einer Seite, wo wir diese Formeln finden. Wir benötigen in diesem Fall diese hier vor. Leistung ist Arbeit durch Zeit. Diese kann man umstellen nach Zeit, denn die Arbeit haben wir. So viel Arbeit muss gemacht werden, 590 Kilojoule. Die Leistung haben wir auch hier in der Aufgabenstellung gegeben. Irgendwo hier steht mit 1600. Somit können wir jetzt die Formel hier zunächst mal hinschreiben. In diesem Fall P ist W durch T. Jetzt suchen wir wieder etwas, was unter dem Bruchstrich ist. Also tun wir einfach die Plätze tauschen. Dann haben wir hier T ist nichts anderes als Arbeit durch die Leistung. Können nun die Werte einsetzen. Ich denke mal, ich fange mal unten an mit der Leistung, denn da ist es einfacher 1600 Watt. Wenn ich die Arbeit hier einsetzen will, muss euch was auffallen. Hier sind Watt, dann wäre es schön, wenn diese Einheit auch nicht Kilojoule ist, sondern Joule. Das heißt, wir müssten hier ganz einfach, das wäre so, als ob wir 590 Kilometer hätten. Und wir würden gerne wissen, wie viele Meter sind das dann. Wir machen ja mal 1000. Das ergibt 590.120 Joule. Jetzt kann man die Werte im Taschenrechner eingeben. Wir erhalten hier einen Wert von 369 Sekunden. Der eine oder andere fragt sich, warum Sekunden? Nun, ich schreibe zunächst mal die Einheit dahin, die wir sowieso haben, zum Beispiel Joule durch Watt. Jetzt könnt ihr im Stichwörterverzeichnis Stichwort Elektrizität schauen. Führt euch zu der Einheitenseite, zu der nächsten wichtigen. Und zwar können wir mal schauen, wie kann man eigentlich die Arbeit auch anders dokumentieren. Dann gucken wir, irgendwo dort auf der Seite findet ihr die Arbeit. Sie hat die Einheit Joule. Nun, wie kann man Joule noch anders schreiben? Ganz hier hinten steht, dass man Joule auch Watt mal Sekunde schreiben könnte. Das heißt, wir machen das. Anstatt Joule schreiben wir Watt mal Sekunde. Und unten haben wir ja Watt. Jetzt müsstet ihr euch erkennen. Aha, Watt kürzt sich, bleibt Sekunde übrig. Somit ist das Ergebnis in diesem Fall auf jeden Fall in Sekunden. Gehen wir nun weiter. Der letzte Schritt wäre hier tatsächlich, das in Minuten auch umzuwandeln. Dann könnt ihr geteilt durch 60 machen. Und das ist nämlich jetzt hier sehr wichtig, wenn wir das machen. Und zwar erhalten wir hier vorne eine Zeit von, wenn wir 369 geteilt durch 16 machen, dann erhalten wir 6,15 Minuten. Jetzt machen viele hier folgenden Fehler. Und zwar die sagen, das sind 6 Minuten, aber auch 15 Sekunden. Was leider falsch ist. Das hier sind weiterhin 0,15 Minuten. Das muss man halt wissen, dass das 0,15 Minuten sind. Wie kann man, wir haben halt 6 volle Minuten. Und wie kann man die 0,15 Minuten umwandeln in Sekunden? Naja, man würde hier mal 60 machen. Dann kommt am Ende dabei heraus, dass wir 6 volle Minuten haben, aber auch 9 Sekunden. Das ist nämlich sehr wichtig. Falls ihr das hier nicht so könnt, ihr könnt auch anders lösen. Und zwar müsst ihr mal darauf achten. Wir haben ja 6 volle Minuten. Und insgesamt gibt es 300, ich zeige euch mal eine andere Lösungsmöglichkeit, 369 Sekunden. Jetzt müsst ihr euch nur noch fragen, okay, wir haben 6 volle Minuten. Wie viele ganze Sekunden ergibt das? Naja, das ergibt, wenn ihr 6 mal 60 macht, sind das 360 Sekunden. Das heißt, wir machen von unserem Wert die 6 volle Minuten ziehen wir ab. Und siehe da, es sind nur noch 9 Sekunden übrig. Das wäre eine andere Möglichkeit, die man machen könnte. Ich will euch auf etwas hinaus hinweisen. Und zwar zunächst mal hier vorne diesen Wert, möchte ich mal zunächst mal in dem Taschenrechner eingeben. Und zwar 590, 590, 120 geteilt durch die 160. Oder die 1600 so. Ihr seht, wenn wir das hier auf Sekunden runden, sind das 369. Nun möchte ich euch zeigen, wie man diese Aufgabe auch mithilfe einer anderen Formel lösen könnte. Das ist eher so für die, die ein bisschen weiter sind, die ein bisschen schneller sind. Gesucht ist ja hier die Zeit. Nun kann man mithilfe dieser ganzen Angaben auch diese Formel hier benutzen. Weiterhin Stichwort Wärmemenge, denn das müssen wir ja zunächst mal berechnen. Wir könnten diese Formel, um die Aufgabe zu lösen, benutzen. Ich erkläre euch gleich, warum. Ich schreibe die Formel zunächst mal hin. Das heißt, Q Punkt ist nichts anderes als m mal c mal Delta t. Das teilen wir durch die Zeit. Gesucht ist ja die Zeit, also ist etwas unter dem Bruchstich wieder gesucht. Wir tauschen einfach die Plätze. Somit haben wir t ist nichts anderes als die Masse mal c mal Delta t und natürlich Q Punkt. Jetzt müssen wir überlegen, mc Delta t haben wir ja aus der Aufgabenstellung. Wofür steht Q Punkt? Da könnt ihr bei euch in der Formelsammlung schauen. Das steht für Wärmeleistung. Das bedeutet nichts anderes. Die Leistung haben wir ja hier gegeben in Höhe von 1600 Watt. Das ist unsere Leistung. Das ist ja auch Q Punkt oder man könnte hier auch P hinschreiben. Jetzt, ich möchte euch auf etwas aufmerksam machen. Und zwar, falls ihr ein bisschen gerissen seid, dann merkt ihr m mal c mal Delta t. Das ist ja Q und Q ist ja auch W. Das ist genau die gleiche Formel wie hier. Hier oben steht ja W, indem wir m mal c mal Delta t machen. Und darunter steht Leistung geteilt durch P. Das heißt, man könnte diesen ganzen Vorgang auch mit Hilfe dieser Formel lösen. Man würde jetzt 1,5 Kilogramm einsetzen mal 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Anschließend mal Delta t sage ich schon. Anschließend mal die 80 Grad Celsius. Das ist ja jetzt halt ein bisschen was für Fortgeschrittene. 80 Grad Celsius. Und das würden wir durch die 1600 Watt teilen. Jetzt müssen wir hier nur aufpassen. Und zwar, wir haben hier unten Watt und hier oben sind Kilojoule. Das heißt, am besten tut ihr hier diese Kilojoule umwandeln in normale Haltjoule. Das heißt, wir machen mal 1000. Dann sind das 4180 Joule. Man könnte das hier auch in Kilowatt umwandeln, falls es euch lieb ist. Ihr müsst bei den Einheiten, Kilogramm kürzt sich, Kelvin kürzt sich. Es bleibt Joule durch Watt. Und das ist ja genau das, was wir hier hatten. Joule durch Watt. Das heißt, am Ende, wenn wir all diese Werte im Taschenrechner eingeben, erhalten wir einen Wert. Und das ist dann die Zeit in Sekunden. Das zeige ich euch jetzt auch. Ich schreibe zunächst mal hier vorne T gleich. Also, wir beginnen mit 1,5 mal 4180 mal die 80 geteilt durch die 1600 Watt. Wir erhalten jetzt hier einen Wert von 313,5 Sekunden. 313,5 Sekunden. Nun kann man jetzt sagen, hey, aber das ist ja nicht der gleiche Wert, den wir ja hier oben gehabt haben mit 369. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir hier noch einen Wirkungsgrad hier haben. Das heißt, das hier sind gerade mal 85%. Wir müssten die 100 ausrechnen. Ihr müsstet hier ganz einfach diesen Wert geteilt durch den Wirkungsgrad machen. Genau das gleiche, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier die Energie geteilt durch den Wirkungsgrad gemacht. Damit wir die zugeführte Energie berechnen. Hier wäre sozusagen die abgegebene Zeit und wir würden hier die zugeführte Zeit berechnen, sagen wir es mal so. Das heißt, geteilt durch 0,85. Wenn wir das jetzt in den Taschenrechner eingeben, erhalten wir dann auch unseren Wert. Und zwar in Höhe von, wir machen das hier, geteilt durch 0,85. 300 wieder 69. Ich empfehle diese Vorgehensweise aber auch nur zu machen, wenn man sich wirklich damit auskennt, was man hier tut. Und dann am Anfang an ist es sehr, sehr hilfreich, diese einzelnen Schritte zu machen. Deswegen habt ihr auch in der Lösungsvorschlag zum Beispiel diese Formel dort eigentlich auch stehen. Anschließend, anstatt dass man hier noch eine zusätzliche Nebenrechnung macht, geteilt durch die 0,8, steht der Wirkungsgrad in der Lösungsvorschlag auch hier. Das heißt, hier vorne steht einfach geteilt durch den Wirkungsgrad. Kann man auch sofort machen. Oder man macht halt hier diese Nebenrechnung. Gibt halt sehr viele Möglichkeiten. Ich bedanke mich weiterhin vom ganzen Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.